Herst, Franzi? Jetzt geht es schon gut, oder? Ja, bei uns geht es wirklich gut. Aber wieso fragst du ihn? Ich frage, weil der Miko von Arena hat mir ein Mail geschickt. Die machen da jetzt eine Aktion für Licht ins Dunkel und er hat mich gefragt, ob das eventuell auch was für uns wäre. Kennst du mich eh. So was bin ich natürlich immer gleich dabei. Was versteigertest du nicht für die Aktion? Einen Ochsen. Einen Ochsen? Wer kann vielleicht einen Ochsen brauchen? Nein, nicht im Ganzen. Einen einzelnen Packln, was wir immer machen. Aber halt schon einen ganzen Ochsen. Ach so, ja. Die Packln kann man immer brauchen. Du, Peter. So eine Ochs hat ja Hörnl auch, oder? Ja, Gänse. So eine Ochs hat natürlich Hörnl auch. Aber Peter, ich glaube, da habe ich trotzdem was für dich. Kommen wir mal mit. Ja, Peter. So eine Ochs braucht ihr Hörnl auch. Und ich habe da bei Hofer ein Eichelieferung geklärt. Da würde ich mich in der Aktion beteiligen. Und so ist er raus und nehme ich wieder mit. Was willst du? Boah. So viel hast du da schon. Wahnsinn. Ich habe mich gar schon Gänse. Suche ich mich wirklich klein aus. So. 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 So.